Juhu! Hier! Bett, Bett, Bett! Halli, hallo! Weiter geht's. Noch erreichen. Dann können wir weiter nochmal. Ähm, ja. Handelsuche läuft noch. Da Gemüse vorkommen und Reis vorkommen. Wir haben zwei hier. Ah, ich glaub, ich sollte erst mal reichen. Diese Stadt ist ein kleines Paradies geworden. Findest du nicht auch? Mal Lifestyle, 83, 76 haben wir. Aber auch das ändert. Warten wir bis wir die Werkzeuge haben und dann baue ich mal hier noch so ein Wahrheitsministerium. Wenn wir das Wahrheitsministerium haben, gebe ich die hier auch nochmal frei, damit wir noch mehr an... Ange-, äh, Eco angestellt. Ne, jetzt was. 43. Fast alles soweit. Glaub ich mal noch so ein Lager bauen. Oder... Was? Ne, aber bei den anderen, äh, der Schritt weg, die Einwohner da, die können noch so ein Lager-Ding bauen. Und die Kostet so drei. Wofür braucht ich zehn noch mal. Ich wollte auch eh was bauen. Wofür brauchte... Achja, hier so ein... So ein Ding. Zwölf brauche ich sogar. Ich war verstanden auf uns. Der Zwölfe dauert natürlich noch ein bisschen länger. oder warte mal kurz so lange eigentlich nicht so lange nicht da registriere energieknappheit ja natürlich was anderes gleich im spiel heißt das werkzeug ich kenne es immer bohrer weil es ein bild von bohrer hat sie nutzen wohl jede gelegenheit um sich in den vordergrund zu drängen was angemeldet euer satz recht gehabt jetzt muss man endlich neue bevölkerungsgruppe erfasst neue straße irgendeine artillerie hier da frachtlager das ist das was ich meine hat es nur noch nicht das nehme ich mal mit hier dran bauen 31 von 100 jawohl bauen sich gerade auf und dann sagen wir die auch noch mal die die weiter wo man schiebt war eisen 19 machen wir noch eine eisen eisen kann alles braucht dann noch war mir schon wir brauchen definitiv der bohrer marsch da ganz gediegen gerade schneller klicken hilft leider auch nicht ok auch hier bohrer bohrer auf mein nacken neuer auftrag bestätigt lade daten ich kann u-boot basteln dann kriegen wir nämlich noch mehr eisen wenn wir noch mehr eisen haben werkzeug produziert 18 davon 43 98 kohle kein eisen eisen ist ein eisverkehrtes hat ach ja weiter zu ihren diensten ich grüße sie mein name ist professor doktor salman defle ich bin sprecher des unabhängigen wissenschaftsrates von saat dem führenden internationalen gremium für forschung und wissenschaft wir beobachten ihr vorgehen in diesem sektor mit großer neugier und sie verfügen wenn sie mir eine persönliche bemerkung gestatten über faszinierendes potenzial der saat kam unter der leitung vorsitzende zum schluss dass das risiko vertretbar ist ihnen zugriff auf unsere modernsten hightech verfahren zu gewähren eine entscheidung die ich ausdrücklich begrüße wenn sie es wünschen erhalten sie ab sofort zugriff auf unsere unterwassertechnologien zur nutzung der tiefsee damit lassen sich ruhstoffprobleme im handumdrehen lösen zugriffsrechte auf tech gebäude erhalten bau menü aktualisiert erwarte ihren befehl trimaran steht bereit da war da trage kommandoprotokoll trimaran u ich stehe zu ihm trimaran steht bereit heiß trimaran fertiggestellt tauchroutinen werden geladen ich hätte nie gedacht dass so viele leute das ist 96 von 100 optimal brauche ich noch was aber ich habe jetzt auf mehr Eisenauflager ich auch auf dich kann man zählen so ein ding am besten bei hier von ach wenn wir sich hier ganz geschmeidig erweitern ich habe im fernsehen einen bericht über die lebensbedingungen bei global trust gesehen der reinste hohe energieversorgung mangelhaft und nicht aus mepple machine und die herrschaft kann es echt stolz sein auf deine leistung ich bin es jedenfalls die frage ist für das herr hier 152 engine zeigt alle gebäude die benötigt dann falk habe ich eine mina oder dann bringen wir von hier die insel falk mit und habe ich drüben eigentlich genug irgend auch hier spiel gespeichert es bist da waren dauert jetzt ewig weil die sich da unten alle erweitern warte mal ich necke die mal hier erweitern und ihr auch nicht auch nicht ähm oh ich habe ja mangel verschneidet sich die igne initiative hat einen spezialauftrag für dich jana rodriguez bittet sich eine wahrenlieferung zu in einer einheiten sie erkennen ich zähle auf dich also bau keinen mist übrigens haben jetzt ingenieure da können wir doch hier ich habe einen schild bauen warnung produktion der stadt viper aber leicht gepanzert schnell und wendig weiterer gebäude stehen zur verfügung einheiten atlas auch ich warte mal was ich aber mal mache ist ein zweites kommandos bauen jetzt haben wir hier auf dem womit wir gerade wegfahren noch werkzeuge fliehen wenn wir ihn noch irgend was da gericht weizen bewegung es gibt viel zu tun kannst du das für die organisation erledigen bewegung es gibt viel zu tun ich stehe den fahrzug in 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 ja dann machen wir das in der folge noch schnell an soll registrieren neues fahrzeug wieder gewesen sein lokalisiere insel was kennt und jubel ist kennt Wenn das hier schief geht. Ich bin die Lieferung. Jetzt bringen sie die Lieferung zum bereitgestellten Fahrzeug ohne die Kenneinheiten dieser Stecken. Quater Tobak sollte mal einer dem Stecken stecken. Ja aber... Achso jetzt muss ich's nächsten. Einfach mal durchfahren. Lokalisiere Insel. Dann würde ich sagen machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Ich wusste nicht dass wir das zu mehreren Schiffen. Ich würde sagen machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann bis morgen.